Willkommen bei dem Letzten. Ich habe eine Gruppe jetzt für die Schreißen gehalten. Es ist... Ja, hallo. Der Vox ist bei uns. Ja, ich bin ganz saurig. Barkley. Alakura ist auch dabei. Hallo Alakura. Alakura ist auch hier im Raid drin und die Gruppe, wir haben sieben Leute. Ich habe einen kleinen Bug ausgenutzt, den habe ich von einem Spieler gesendet bekommen. Und zwar, wenn man auf einem Zeppelin draufsteht und ein bisschen blöd draufsteht, dann kann man in der Luft stehen. Und wenn ich jetzt alle Leute porte, müssten die direkt runter in den Tod fallen, wenn sie nicht aufgebaut sind. Und jetzt müssen wir nur noch die Leute dazu bringen, dass sie den Port annehmen. So, wir schreiben jetzt bitte Port annehmen, oder? Äh, wir schreiben bitte Port annehmen und musst sofort porten. Also erst wenn der Port durch ist, bitte Port annehmen. Mach das mal. Klar, in OG. Okay, die reden schon von OG. Okay, ich porte. Achtung, oder? Ich porte jetzt. Ja, mach, 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 mach. Der letzte haben eine Gruppe, jetzt will ich reißen, einen Port in der Geschichte von Barkley Walks. Barkley Walks. Und World of Warcraft. Da fällt der erste runter. Nein, der geht in die Fluggestalt, der geht in die Fluggestalt. Ja gut, das war ein... Oh, oh, fuck. Alter, die sind alle aufgemautet, die Säcke. Ja, einer ist tot. Einer ist tot. Einer ist besser als keiner. Gut, davon muss man auch sagen, alle kennen auch den Server Barclay. Ja, da fällt noch einer in den Tod. Wenn der eine Gruppe macht oder man portet, ist natürlich klar. Zwei Leute tot. Achtung. Ja, die meisten Leute sind aufgemautet. Drei Leute sind tot. Drei Leute. Guck mal, ich stehe hier echt ohne Witz. Ich stehe hier in der Luft. Das ist ein Bug. Drittes, drittes. Ja, schade. Kann man retten. Ja, nee, das ist zu weit oben, glaube ich. Aber ich stehe hier wirklich in der Luft. Ich kann hier auch retten. Und keiner hat mitgekriegt, dass das einfach jetzt einfach ein Troll war. Ja, keiner hat es mitgekriegt. Die haben mich nach OG gepottet. Fliege ich halt runter. Scheiß drauf. Ich reg mich nicht auf. Ja, leider. Die meisten waren aufgemautet. Aber trotzdem kann man mal hier noch als Abschluss mal schön trollen. Hier sieht man mich noch. Da sieht man mich, wie ich in der Luft stehe. Ja, in den Protodrachen hier drinnen. Warte mal, ich markier mich mal. Hier, guck mal, der Stern. Ich stehe in der Luft. Das ist ein Bug. Guck, ich kann hier sogar Sachen casten. Scheiße. Wieso bin ich hier? Ich habe jetzt ein Disconnect. Hast ein Band bekommen? LOL, ich habe ein Band. Ja, ja, Bubble Net. Ja, nee. Guck, da steht man in der Luft. Sehr cool. Ja, Leute. Der Patch ist morgen da. Das war der letzte Teil von Habt ne Grube zu schreißen. Und wir haben auch noch ein Lied dazu gemacht für den neuen Patch. Ja, es gibt ein neues Lied. Guckt euch das an. Und zwar heißt es, wie heißt das Lied? Ein neuer Patch ist da, Oberhawks. Genau, ein neuer Patch ist da, heißt das Lied. Und das wird auf beiden Kanälen ausgestrahlt. Das heißt sowohl auf meinem Kanal, als auch auf dem wie gewohnten Kanal von Barclay. Ja, guck mal, wie viele Leute tot sind. LOL, die verrecken alle. Ja, wir haben den verrecken gesprengt. Wir gehen jetzt raus. Box Games TV. Box, der neue Kanal, bietet Imba. Da kommen ehrliche Interviews. Ne, Interviews nicht, oder? Interviews nicht, aber wir haben Stargäste dort angefangen von heute mit ihrem iPhone gestören. Und über Leute, die super Nachrichten machen. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr, sehr gestücktes Programm. Ja. Ja, Leute, dann macht's gut. Schaut bei Box Games TV rein. Und, bye bye, der letzte Hauptmann-Gruppe, jetzt will ich reißen. Ich bin ganz traurig, ich muss heulen. Das wird's nie wieder geben. Aber jetzt sind die ganzen Leute tot, so ich mach ruhig dahin. Tschüss. Wir haben doch den Rave gesprengt. Ja, keine Ahnung, warum die jetzt tot sind, ich weiß es nicht. Ich geh mal raus. Ja, ich geh auch raus. Wieso vorstest du die und auch mit ihnen okay? Ja, wieso laden die mich überhaupt in die Gruppe ein? Wieso nehmt die überhaupt Barclay mit ein? Ja, also, es ist unglaublich. In einiger Zeit kannst du deinen Namen ändern, Barclay. Ja, ich muss den meinen Namen echt ändern. Ich mach dann, weißt du, wie ich mich da nenne? Ich nenne mich dann Barclay. Weißt du, weil jeder tut mich eh anschreiben mit E, weißt du? Ja. Anstatt zwei A. Nee. Barclay. Ach, so ist das Leben. Ja, nice. War zwar nicht so der Erfolg, aber passt. Ja. Ala Cura war auch dabei. Ala Cura hat nix gesagt im Test. Ja, war so gesagt. Ja, ich hab nicht jetzt Schüss gesagt, aber trotzdem. Junge. Nicht gut, Junge. Jetzt machen wir das Loch in den Eimer Video. Lad mal hoch.